Die Musik für die angstfreie CD besteht komplett aus Stücken, die für dieses Projekt komponiert wurden. Dazu mussten bestimmte Stimmungen und Atmosphären bedient werden. Man sitzt dann hier so am Flügel und pummelt so ein bisschen rum und denkt, klingt ganz nett, kann man vielleicht optimistischer spielen, wenn man so eine Atmosphäre braucht. Also schreibt man sich das oft, was man hier so gerade raus machen. Ja, die Idee vom Flügel müssen wir jetzt hier natürlich noch in Sequenzer rein spielen. Ich habe jetzt hier mal so ein Epi-Hanneshorn genommen. Das klingt dann so. Klingt immer noch recht optimistisch. Wir können auch einen anderen Klang nehmen. Daraus ergibt sich natürlich sofort eine andere Stimmung. Vollkommen andere Stimmung. Und je nachdem, welchen Sound wir nehmen, wie wir das alles zusammenbasteln, entsteht zum Schluss aus. Das Gesamtwerk nämlich sowas hier. Und in der Form haben wir das nachher auf der CD. Oder als dieser. Das Gesamtwerk. Und in der Form haben wir das nachher auf der CD. Oder als dieser. Nachher auf der CD. Oder als dieser. Und weil